8mm Vintage Camera Das Kameratool 8mm Vintage Camera stellt unterschiedliche Retro-Looks bereit. Die Effekte wählt der Benutzer über eine grafische Oberfläche aus, die einer Kamera nachempfunden ist. Es gibt einen virtuellen Sucher, ein Drehrad für die Blende und einen Jitterknopf, der Bildsprünge einbaut. Zwei Soundeffekte untermalen die Aufnahmen optional mit traditionellen Projektorgeräuschen. Auf dem iPhone 4 unterstützt die App beide Kameras und auch den Blitz. Der Anwender hat hier die Wahl, die Videos zur Fotobibliothek hinzuzufügen, auf YouTube hochzuladen oder per E-Mail zu verschicken. Die Auflösung der Videos ist auf 480 x 360 Pixel beschränkt. Das gilt leider auch für das HD-fähige iPhone 4.